Ja, wunderschönen guten Morgen zusammen. Ich lebe jetzt ins Zentrum vorne. Dort ist unser Treffpunkt für die Tour, die ich gestern gebucht habe. Das ist die Mitte. Und die Mitte ist die Mitte. Es ist ein Archipiel. Ja Leute, wir sind jetzt etwa 2 Stunden hier mit dem Boot rausgefahren. Und jetzt sind wir an einer Insel angekommen, wo es ganz viele Seeleuen hat. Und die zeige ich euch jetzt mal. Bis zum nächsten Mal. So, wir sind jetzt also mit den Roppenkotellen Das war mega witzig, es hatten mega viele, zum Teil recht grosse und die waren bis etwa gefühlte 50cm von mir weg Und jetzt sind wir an einem wunderschönen Strand, müssen wir mal schauen So, wir haben jetzt hier gerade zu Mittagessen, ein Sandwich gegeben Hier sind noch Alice und Lea Wie liefst du die Tour so far? Ja, sehr gut Sehr gut Sie sind von Frankreich da und sie studieren in Cholula Und sie sind jetzt hier für Ferien, eine Woche lang Und sind jetzt hier in Baca California unterwegs Und da sind noch ein paar andere, sie ist hier noch eine Familie mit einem Kind Und sonst noch ein paar Aber wir sind hier relativ wenig Leute Musik 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 Untertitelung. BR 2018 So, die Tour ist jetzt also vorbei. Jetzt gehen wir noch schnell, also schnell, ich weiss nicht wie lange wir gehen, in den Ausgang, respektive einfach in eine Bar, glaube ich heisst, zwei Bierchen trinken. Und das Ganze mit Chris und ihren zwei Roommates, glaube ich, die auch mitkommen. Also sicher eine davon, die andere weiss ich noch nicht so genau. Weil sie sind da die Dritte, die hier in diesem Haus wohnen. Das wusste ich bis vor kurzem auch nicht, aber jetzt weiss ich es und jetzt habe ich beide kennengelernt. So, wir sind jetzt da in La Mexico, oder? Ja, La Mexico. Mit Chris und Claudia. Und wir haben da noch ein paar Nachos geschildert. Damit der Hunger hat geschildert. So, wunderschönen guten Morgen zusammen. Wir sind bereits schon wieder unterwegs. Chris und Claudia ist auch am Start. Und wir gehen jetzt an den Beach. Ich muss jetzt aber noch ein bisschen schauen. Ich habe mich gestern ein bisschen verbrennt am Rücken. Und da auf den Beinen auch. Darum muss ich jetzt heute ein bisschen vorsichtig sein. Wir gehen jetzt, glaube ich, ziemlich in der Nähe der Stadt Neumann an den Beach und verbringen dort ein bisschen den Tag. Wir wollten heute eigentlich die Wahlhaie anschauen. Aber das hat sich jetzt irgendwie nicht zu ergaben. Ich habe ja gar keine Lust gehabt. Aber das kann ich ein anderes Mal machen. Die laufen ja nicht davon. Oder die schwimmen nicht davon, besser gesagt. So, jetzt sind wir da also am Strand gekommen. Und wir haben da eigentlich den ganzen Strand für uns alleine. Es hat fast keine Leute hier. Aber das ist nur, weil Chris das ein bisschen kennt. Und wir haben da ein bisschen um die Steinmössen herumlaufen. Auf dieser Seite ist alles voller Leute. Es hat tausende Leute auf dieser Seite. Aber das kennt ihr eben nicht so viele. Und schaut mal euch die Aussicht an. Schön, oder? Jetzt sind wir da ja gerade auf so eines Höckerli hochgeklettert und jetzt müssen wir mal schauen, wie das aussieht hier oben. Nice, oder? Nice, oder? So, wir sind jetzt wieder zu Hause. Ich bin vorher gerade eingefaust, als wir nach Hause gekommen sind. Habe mich jetzt aber mittlerweile ein bisschen erholt. Bin zu duschen und mache jetzt hier noch ein bisschen Videos schneiden. Und ja, dann würde ich sagen, das wäre es gewesen für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und abonnieren. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis dann, ciao, ciao. Bis dann, ciao.